Seit 1. Mai gibt es in Deutschland ein neues Punktesystem und das ist ein bisschen verkürzt worden. Das bedeutet also, Telefon am Steuer, das wird aber jetzt richtig teuer und auch mit Punkten gehandelt. Ich biete Ihnen jetzt ein universelles Bluetooth-Headset an mit Bluetooth 3.0, das heißt, da ist auch schon Sprachsteuerung mit drin. Und mit diesem Bluetooth-Windsling telefonieren Sie mit Ihrem Handy oder natürlich auch mit einem Smartphone, jetzt ganz bequem und zwar ohne störende Kabel. Besonders beim Autofahren, das kennen Sie selber, ist das Handy am Ohr nicht nur stören, sondern auch extrem gefährlich, denn die Reaktionszeiten werden immer länger. Also lassen Sie die Hände am Steuer und führen Sie Ihre Telefongespräche bitte so, wie hier, entspannt und sicher. Doch auch bei vielen anderen Gelegenheiten werden Sie den super praktischen Freisprecher nicht mehr missen wollen. Sie haben stets die Hände frei, wenn Sie beispielsweise bei geschäftlichen Telefonaten an Ihrem Notebook arbeiten, Akten durchsehen oder sich eben Notizen machen wollen. Und dank einfacher One-Touch-Bedienung, und das ist der Riesenvorteil bei diesem Gerät, über die Multifunktionstaste, steuern Sie Ihre Gespräche einfach ganz kinderleicht per Tastendruck. Gespräche annehmen, beenden oder abweisen, Marken zum Beispiel auch zwischen verschiedenen Anrufen, Wahlwiederholung. Alles das ist mit einem einzigen Tastenglick an Ihrem neuen Komfort-Headset möglich. Selbst Sprachwahl, das habe ich ja gerade schon gesagt, beherrscht dieses winzig kleine Kommunikationstalent auch. Der variabel ergonomische Ohrbügel, und das finde ich sehr angenehm beim langen Tragen, sorgt dabei für lange, lange schmerzfreie Nutzung. Egal ob am linken oder am rechten Ohr, denn Sie können diesen kleinen Bügel einfach umklipsen. Und dank des transparenten, hochflexiblen Kunststoffs merken Sie davon am Schluss auch überhaupt nichts. Und sollte mal der Ohrbügel verloren gehen, kein Problem. Ein Reservebügel, haben wir nämlich auch weiter gedacht, liefern wir ihn nämlich gleich mit. Und selbstverständlich funktioniert Ihr Headset mit praktisch allen, aber auch wirklich praktisch allen Bluetooth-fähigen Smartphones, Handys, unseren Touchlets zum Beispiel, mit denen man auch telefonieren kann, PCs oder PDAs. Also, wenn es ab jetzt sicher am Steuer sein soll oder Sie ein tolles Geschenk für Fahranfänger haben und suchen, dann ist das sicherlich eine ganz tolle Sache. Denn sicherer kann man dann im Straßenverkehr und auch sonst nicht unterwegs sein. Und wo ich es auch gerne habe, so ein Headset im Ohr, ist, wenn ich beim Einkaufen bin. Dann haben Sie die ganzen Taschen voll, dann klingelt das Handy und normalerweise dann so abstellen. Vergessen Sie das alles, bestellen Sie sich dieses traumhafte Headset für kleines Geld natürlich ganz einfach bei uns. Also, ab sofort Sicherheit am Steuer und auch sonst jederzeit mit zwei freien Händen erreichbar.